Ich halte es auch für unsinnig, weil man sich, also diese Menschen, die das verfechten, sich immer aus der Theoriekiste bedienen, wie kleine Kinder mit Lego hantieren und dann kommt ein bunter Bastard aus Dekonstruktion und Essentialismus zustande. Entweder wir sagen, wir sind gleich und die Geschlechter bedeuten nichts, deswegen weiß ich nicht, warum man dieses Binnen-I, wo ich auch den Menschen immer sage, was ist da jetzt der Unterschied zwischen der Mauer, die Trump bauen will. Das macht ihr. Ihr trennt die Geschlechter auf eine Art, die wir eigentlich schon überwunden geglaubt haben. Und dagegen bin ich einfach. Ich habe eine sehr versöhnende Mission eigentlich und da gehört so ein Unsinn sicher nicht dazu. . . . . Untertitelung des ZDF, 2020